Das ist dann mal scheiße gelogen Was das jetzt auch immer war, keine Ahnung Na ja, schauen wir mal an die anderen hier zu Tut mir leid Ah, jetzt Ist irgendwie noch nicht so fehlerfrei, war hier das Spiel Hm, da sich da selbst in den Luft gejagt Ah, wir können weiterschuhen Das ist schick Ach, wo sind wir denn hier? Ich spring mal hier geil in so eine starre Nahrung und zack Man, hier muss man natürlich aufpassen, wo man hinten läuft, ey Hm, was müssen wir jetzt machen? Noch hat man hier noch nicht so den Einblick umgehen Äh, war leider zu schwer Ah, ja Den müssen wir jetzt erstmal erküllen Wow, naja Ich weiß, was ganz erinnert Was nicht, wie es dann geht Ich habe mich wieder ach scheiiiite schon sind wir ja alle tot an der hochblösch na na das war's naja man muss den irgendwie clever machen irgendwie naja level 3 immerhin kommen wir wenigstens ansatzweise voran wem spielen wir diesmal auch wieder er ok geht noch nicht naja 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 okay okay why that trap just smells like old man party after much cheese okay 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 Was ist das? Oh, was ist das? Das war's! Das war's! Das war's gut! Find out! Oh my god. Na, Glückwunsch, ich freue mich hier. Ich bin vier Jahre vergangen, alles gestehen. Doch, Tor.